40 Prozent der Frauen und 30 Prozent der Männer haben eine Sexualstörung. Und oft liegt diese Störung an einem Beziehungstrauma. Ob dieses Beziehungstrauma schon mit in die Beziehung gebracht wurde oder durch die Beziehung ausgelöst oder erst verursacht wird, das ist die Frage. Ich würde euch gerne mitnehmen auf eine Reise durch die traumasensible Sexualtherapie anhand des Paares Malis und Hanno und euch den Behandlungsplan erklären, wie wir mit den Paaren arbeiten. Jetzt demnächst startet die letzte traumasensible Sexualtherapie, die ich selber unterrichten werde. Das ist die Geschichte von Malis und Hanno. Und zwar war es so, dass die beiden versucht hatten, Sex miteinander zu haben und der Hanno war immer sehr schnell dabei und die Malis fand das ganz, ganz furchtbar. Sie sagt, du gehst überhaupt gar nicht auf mich ein. Ich habe dir das schon so oft gesagt. Du bist nicht zeitlich genug. Du bist nicht empathisch genug. Und der Hanno hat sich dagegen gewehrt und sie haben sich furchtbar gestritten, bis der Hanno dann aus dem Haus lief und die Malis ihn irgendwann dann mitten in der Nacht suchen gegangen ist und ihn dann im Park fand, wie er auf einer Parkbank saß und bitterlich weinte. Und beide hatten natürlich die Sorge, habe ich denn jetzt vielleicht eine Sexualstörung. Hanno, weil er nicht auf die Malis eingehen konnte und Malis, weil sie keine Lust auf Sex hat. Immer wieder nicht. Deswegen haben die beiden entschieden, zu einer Sexualtherapie zu gehen und wir schauen mal, wie das abläuft. Da sitzen die zwei jetzt. In der traumasensiblen Sexualtherapie sitzen die beiden vor einer ausgebildeten Therapeutin und haben Angst. Sie haben Hoffnung. Sie haben Sorge, dass hier etwas ans Licht kommt, was sie vielleicht gar nicht mitteilen möchten. Sie haben Angst vor Peinlichkeit, weil über Sexualität zu sprechen fällt vielen Paaren ohne Ende schwer. Und wird die Therapeutin gut mit ihnen umgehen oder wird sie sie verurteilen oder wird sie ihnen sagen, mit ihnen stimmt was nicht, sie haben eine Störung. So saßen die beiden dann also auf der Therapie-Couch. Die Therapeutin erklärt dann erstmal die Stationen der traumasensiblen Sexualtherapie. Ausgangspunkt zeigt, sie ist eine Timeline. Wir gucken mal, wo sie herkommen, was ihre Erfahrungen sind in der Sexualität. Die Grundlage ist der Achtsamkeitskompass, der aus acht Teilen besteht, wie der Name schon so schön sagt. Und da geht es um das Thema Integrität und wie wir es schaffen, ein Beziehungsmuster zu überwinden, was vielleicht immer wieder in die Sexualität hineinspielt. Dann gucken wir die sexuelle Paardynamik an. Wir gucken uns die sexuelle Identität an. Das bedeutet, wo haben wir gelernt, Sexualität zu leben? Natürlich meistens im Elternhaus. Dann gibt es verschiedene Arten, wie wir uns die Sexualstörung anschauen mit Bildern. Und da sind Han und Marlies schon mal ganz erleichtert. Und es gibt dann zur Beruhigung der Emotionen auch Körperübungen. Zum ersten Termin schlägt die Therapeutin vor, die Fachperson vor. Möchtet ihr vielleicht mal eure sexuelle Seelenreise aufzeichnen? Wo kommt ihr her? Welche Stationen in eurer Sexualität waren euch wichtig? Gab es vielleicht Wendepunkte in der Sexualität? Gab es vielleicht auch bestimmte Krisen in der Sexualität, die immer wieder vorkamen? Zeichnet das doch mal auf. Das haben die beiden dann gemacht. Also jeder kommt natürlich auch aus einer anderen Richtung. Und irgendwann treffen sie sich und dann beginnt das Aushandeln. Wie wollen wir Sexualität eigentlich leben als Paar? Dann erklärt die Therapeutin Hanne und Marlies die vier Punkte der Balance. Und ihr seht schon unten, dass die beide ganz erschrocken sind, dass sie erkennen, oh, da haben wir doch schon ganz schön viel nicht gut gemacht in unserer Beziehung. Also es ist so wichtig, die Wünsche mit ruhigem Herzen vorzutragen, die man gerne erreichen möchte miteinander in der Sexualität als Paar. Und gleichzeitig, wenn man die Wünsche sagt, sich nicht anstecken zu lassen von der Angst des Partners, der Partnerin. Weil das kann ja schon mal sein, wenn ich etwas möchte, was die Partnerin nicht will oder der Partner. Dann nein, das machen wir nicht. Und wie man trotzdem schafft, beieinander zu bleiben, in nahem Kontakt zu bleiben. Und auch ist es wichtig, dass Leidensfähigkeit, also dass die Fähigkeit, Leiden zu akzeptieren in einer Beziehung, auch dazu gehört, auch für die Sexualität und gerade dort. Dann malen Hanno und Marlies ein Störungsskript, das bedeutet eine sexuelle Krise oder vielleicht sogar die sexuelle Störung wird gezeichnet. Das ist jetzt ein Skript, was ich übernommen habe von der strukturierten Trauma-Intervention von der Dorothea Weinberg. Ich habe ja viele Jahre lang mit traumatisierten Kindern gearbeitet, bevor ich das übertragen habe auf die Arbeit mit Paaren. Und dort wird es so gemacht, dass ganz am ersten Bild, das ist der Auftakt, das wird mit Strichmännchen gezeichnet, da geht es los. Und als nächstes wird der Ausklang gemalt, da war es vorbei, da war es zu Ende. Und oben hier passierte das Entscheidende. Das ist eigentlich die schwierigste Situation und das wird erst mal als Strichmännchen gezeichnet. Und dann werden die Bilder dazwischen zusammengefügt und dann werden alle Worte eingefügt. Wer hat was gesagt? Wer hat was gedacht? Also die Gedanken, die man währenddessen hat und vielleicht eher nicht ausspricht. Und dann, welche Gefühle man hatte. Und bei der Sexualität ist es auch wichtig, ob es irgendwelche Bilder gab, Fantasienvorstellungen gab, die man vielleicht nicht mitgeteilt hatte. Und ob es vielleicht auch Körperwahrnehmungen gab, die unangenehm, schön oder wie auch immer waren. Dass man das alles da reinfügt. Und wenn Menschen traumatisiert sind, ist es gut, wenn man diese Bilder in diesen einzelnen Schritten zeichnet, weil man da nicht so hineinstürzt in das Schwierige, was gewesen sein könnte. Das machen jetzt Hanno und Malis. Das ist beispielsweise dann ein fertiges Skript. So sieht das aus. Das heißt, hier sehen wir die einzelnen Bilder, die die Malis gezeichnet hat. Ich habe das natürlich jetzt mal nachgemalt, weil ich habe Viont. Das ist eine schöne Software. Und da habe ich das eingefügt. Hanno und Malis sind tatsächlich auch ein paar aus meinem Buch Grenzpaare. Die haben eine Sexualstörung, die zwei. Eine Sexualstörung ist, wenn einer zum Beispiel keine Lust hat oder wenn man sich berührt, hat man keine schönen Empfindungen dabei, sondern nur Abneigung. Und eine Sexualstörung bedeutet, das hat man schon längere Zeit. Und Beziehungsprobleme sollten angeblich nicht da rein spielen und ein Trauma auch nicht. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Weil meistens liegt es ja an dem Beziehungsproblem, dass es zu einer sexuellen Störung kommt. Ist meine Hypothese. Und häufig liegt es auch an einem Trauma aus der Kindheit. Ich habe jetzt einen kleinen Film daraus gemacht, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wie so eine kleine Szene. So machen wir es natürlich mit den Paaren nicht. Für dieses Video hier ist das doch eine schöne Möglichkeit. Du hast meinen Geburtstag vergessen. Trauer, Verwunderung. Früher hat er mir immer ganz tolle Sachen geschenkt. Oh Mist, wie kriege ich da die Kurve? Nein, das habe ich nicht. Was denkst du denn? Ich schenke dir einen Filmabend. Schreck, ertappt. Das ist ein ganz besonderer Film. Nur für dich. Danach massiere ich dich. Ich hätte lieber ein Geschenk zum anfassen. Sie ist ständig undankbar. Lust, Ignoranz. Der galt sich jetzt an diesem Film auf. Angst, alarmiert. Komm doch ins Bett, ich massiere dich. Geilheit, Berechnung. So komme ich am besten auf meine Kosten. Aber es soll keinen Sex geben. Das ist schließlich mein Ehrentag. Angst, Bedrängnis. Jetzt entspann dich doch mal. Du bist ja total verkrampft. Stöhnlust. Sei vorsichtig. Du tust mir weh. Er ist zu grob. Und er ist auch gar nicht bei der Sache. Angst, Bedrängnis. Du bist so schön. Du bist so geil. Du machst mich an. Geilheit. Hey, ich wollte keinen Sex. Er hat nicht mal gefragt. Schmerz, edel. Komm endlich ins Bett. Müde. Erschöpft. Gleich. Was für ein furchtbarer Tag. Ich fühle mich total gedemütigt. Trauer. Erschütterung. Danke für die Blumen aus dem Garten. Nach der Arbeit geht er bestimmt wieder in den Pornoladen. Verzweiflung. Betrogen. Einen schönen Tag noch. War toll gestern. Endlich mal wieder für mich. Frust. Freude. Danach schauen wir dann das Skript von dem Hanno an. Der hat das jetzt genau wieder so gemalt. Und ich habe es wieder nachgestellt mit Viont. Und das ist seine Wahrnehmung. Das heißt, das Paar, beide zeichnen ein Krisenskript, so nennen wir das. In dem Fall ist es eine Vermeidung. Beide haben Vermiedennähe herzustellen. Beide zeichnen das aus ihrer eigenen Perspektive. Und wir werden nachher sehen, wenn wir jetzt die Situation, die Sichtweise von Hanno anschauen, dass er eine ganz andere Wahrnehmung hatte von der Situation. Schau mal, das nette Paar. Wir könnten auch mal wieder Sex haben. Hoffentlich klappt das auch bei uns. Lust. Sorge. Das macht dich wohl an. Das sieht dir ähnlich. Ärger. Frust. Brauchst du irgendwas Liebes? Wieso kommt sie nicht? Hoffentlich klappt das. Ich bin gleich bei dir, mein Muckilein. Der bringt es doch in ihm Bett. Unlust. Frust. Sorge. Widerwillen. Wann kommst du denn endlich? Was machst du denn wieder so lange im Bad? Stöhnen. Lust. Geilheit. Immer lässt du mich allein. Er soll sich um mich kümmern. Erpressung. Manipulation. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Die Stimmung ist futsch. Ärger. Frust. Mach langsam. Du tust mir weh. Oh, das tut so gut. Du bist so geil. Das soll jetzt alles sein? Stöhnen. Stöhnen. Lust. Brüde. Konservativ. Du warst gar nicht präsent. Aber das stimmt doch gar nicht. Jetzt kommt wieder diese Nummer. Er liebt mich nicht wirklich. Drama. Frust. Ärger. Das war total bescheuert von dir. Jetzt reden wir erst mal. Wut. Zorn. Lass uns doch jetzt schlafen. Immer das Gleiche. Müde. Genervt. Okay. Am Ende stellen wir den Paaren vier Fragen. Also jeder Person werden diese vier Fragen gestellt, weil wir damit Rückschlüsse ziehen können auf die Paardynamik. Also die Malis wird gefragt und auch der Hannu. Welche paradoxe Bewertung machte dir denn am meisten zu schaffen in dieser Situation? Wurde gegen deine inneren Moralvorstellungen oder ethischen Vorstellungen verstoßen? Und dann schreiben wir diese Antwort auf. Wie hast du denn versucht zu sein, obwohl du dich ganz anders gefühlt hast? Was hast du vor dem anderen womöglich sogar verborgen? Manchmal ist es sogar eine paradoxe Bewertung. Sei lebendig, aber tu mir nicht weh. Na gut, das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Sei lebendig, aber pass dich nicht mehr an. Das kann ja nicht funktionieren. Dann welche Verletzung war in dir aktiv? Mit welchen Emotionen, vielleicht sogar widersprüchlichen Emotionen, kamst du vielleicht gar nicht zurecht in der Situation? Und dann schreiben wir wieder die Antwort auf. Und welche instabile oder dysfunktionale Reaktion hast du gezeigt, so sehr du dich auch bemühtest, anders zu reagieren? Und das haben die beiden dann gemacht und haben die Fragen beantwortet. Und wir haben sie dann zusammengesetzt, um die Paardynamik zu verstehen. Das ist der Hintergrund. Das heißt, welches Liebesideal, welche Vorstellung von einem Partner, einer Partnerin lebt in mir? Animus, anima ist ein Begriff von C.G. Jung, der sagt, ich habe eine Vorstellung von der, wie mein Partner sein sollte. Und das hat was mit mir selber zu tun und weniger mit dem Partner. Das ist ein Zeichen für eine bestimmte Bewusstseinsstufe. Dann Pseudosexualität bedeutet, wie stelle ich mir eine ideale Sexualität vor, weil das ist ja ein Ideal und hat mit dem Gegenüber dann weniger zu tun. Die sexuelle Identität testen wir durch einen speziellen Test. Der heißt bei uns Liebestyptest. Klingt ein bisschen komisch, aber damit klären wir, welche sexuelle Vorerfahrung eines Menschen dahinter steckt, dass er so geworden ist, wie er heute ist, durch die Beziehungen, die er damals gelebt hat und welche Traumata gab es vielleicht von den Bezugspersonen. Und dann die störende Reaktion ist natürlich das, was sich in der Beziehung, in der Sexualität, im intimen Zusammensein ganz besonders zeigt. Und jetzt haben die das zusammengesetzt zu einem Beziehungssatz. Und da sehen wir schon die Zusammenhänge. Die Malis verbirgt ihr Entsetzen, angelogen, von Hanno angelogen und übergangen zu werden, indem sie etwas mitmacht, was sie gar nicht will. Sie glaubt kein Recht auf Zuwendung zu haben und wagt es nicht, sich abzugrenzen. Und der Beziehungssatz vom Hanno, er verbirgt sein Pflichtgefühl, sie nicht alleine lassen zu dürfen, hinter falscher Fürsorglichkeit. Da er glaubt, sie schonen zu müssen, geht er nicht wirklich auf sie ein, sondern hat so ein Bild davon, was ihr gut tun könnte und versucht ihr zu raten, anstatt sie wirklich zu fragen, was sie braucht. Und jetzt sehen wir hier schon an diesen Sätzen, dass das Gefühl, ich habe kein Recht auf Zuwendung und ich darf niemanden alleine lassen, dass das vielleicht was mit den Bezugspersonen zu tun haben könnte aus der Kindheit. Deswegen machen die zwei jetzt folgendes. Das ist dieses Schmetterlings-EMDR. Da setzen die sich so auf die Couch und es gibt eine wunderschöne Musik, Wingwave. Das kann man im Internet herunterladen. Da gibt es auch ein Stück, das ist umsonst. Das geht ungefähr acht Minuten. Und dann sitzen die beiden da und tappen. Ganz ruhig. Ungefähr acht Minuten und versuchen mal auftauchen zu lassen, was hat denn das Krisenskript, Störungsskript mit meiner Kindheit zu tun, mit geschlossenen Augen. Und meistens stellt sich dann sehr, sehr schnell eine Szene aus der Kindheit ein. Das heißt, wir machen wieder ein solches Skript. Ich nenne es Emotionsskript. Wie gesagt, das geht zurück auf die Dorothea Weinberg, auf die strukturierte Trauma-Intervention. Und beide malen wieder aus der Kindheit die Situation, die aufgetaucht war. Da ist der Auftakt, da ist der Ausklang. Und dann wird das Schwierigste, das Entscheidendste oben reingezeichnet. Und dann werden die Bilder ausgefüllt, bis es eine zusammenhängende Szene wird. Dann werden die Worte eingefügt. Und die Gedanken auch von den Eltern, speziell von den Eltern. Und das sollte sich auch auf die Eltern beziehen. Weil die Bezugspersonen, das sind die Menschen, von denen wir Beziehung lernen, auch wie wir mit Emotionen umgehen. Und auch die Sexualität wird dadurch geprägt, wie die Eltern mit uns umgehen. Und dann malen wir auch die Gefühle dazu und vielleicht auch innere Bilder. Und das haben Hanno und Marlies gemacht. Das ist jetzt das Emotionsskript aus der Kindheitserinnerung von der Marlies. Und schauen wir uns wieder an, wie sich das, wie das aussieht, wenn wir die Zähne aneinander fügen, damit wir ein bisschen eine Vorstellung bekommen, was der Marlies eingefallen ist im Zusammenhang mit dieser schwierigen Situation mit dem Hanno. Ist das Essen wieder nicht fertig? Überall nur Ärger. Sogar zu Hause. Ärger. Frust. Ich bin hier nur die Dienstmarkt. Frust. Ich habe Hunger, Mutti. Angst. Trauer. Sie ist wieder schlecht gelaunt. Gleich. Das ist ja furchtbar. Das kann kein Mensch essen. Du kommst jeden Abend später. Was soll ich da kochen? Er war bestimmt wieder im Pornoladen. Unmacht. Trauer. Immer dieses Theater. Ärger. Frust. Die streiten schon wieder. Angst. Einsamkeit. Deine Pornosucht macht mich wahnsinnig. Verzweiflung. Dann hau doch ab, du frigide Schlampe. Hass. Geh nicht, Mutti. Und ich. Panik. Du bleibst hier, Fräulein. Lass mich, Papa. Panik. Schock. Es geht vorbei. Es geht vorbei. Es geht vorbei. Ich habe Kopfweh, Mutti. Schmerz. Ekel. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Er kümmert sich nie um mich. Verachtung. Du bist ein elender Säufer. Du ekelst mich an. Er denkt immer nur an sich. Kannst du mir nochmal verzeihen? Hass. Erniedrigung. Verachtung. Eitel Sonnenschein. Schmerz. Einsamkeit. Und das gleiche macht jetzt auch der Hanno. Der Hanno hat genau in gleicher Weise ein Skript gezeichnet aus seiner Kindheit. Und wir schauen uns wieder das im Zusammenhang an aus diesem Viont-Video. Ich habe das selber vertont. Dann kann man das ein bisschen besser verstehen, was dahinter steht, als da jetzt die kleinen Texte zu lesen. Muss der Junge so an dir rumhängen? Aus dem wird nie ein richtiger Mann. Enttäuschung. Ärger. Du bist ja eh den ganzen Tag nicht da. Mama. Unwert. Ständig lässt dein Vater uns allein. Trauer. Heul. Jetzt weine ich. Ich bin doch da. Ich kann Mama nicht trösten. Ohnmacht. Verwöhnt den Junge nicht so. Genervt. Was machst du da? Ärgerkontrolle. Wieso darf ich nichts für mich haben? Angst. Ohnmacht. Wieso? Ich spiele doch nur. Spielen. Dem werde ich es zeigen. Du Teufelsbalk. Der Junge bringt mich noch ins Grab. Hass. Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Verzweiflung. Böhrchen. Ich werde dir schon zeigen, dass du nichts zu melden hast. Der wird schon sehen, was er davon hat. Ich habe doch gar nichts gemacht. Panik. Genugtuung. Schadenfreude. Dein Sohn hat wieder den ganzen Tag nur Unsinn gemacht. Der hat eine ordentliche Abreibung verdient. Schadenfreude. Jetzt lass mich doch erst mal ankommen. Ärger. Ständig liegt sie mir in den Ohren. Panik. Papa, wo gehen wir denn hin, wenn Mama uns erwischt? Schlechtes Gewissen. Erleichterung. Du darfst mich nicht verpfeifen, Sohn. Vorfreude. Geilheit. Der ist mir was schuldig. Hallo, mein Schnuckelhase. Und danach werden wieder diese vier Fragen gestellt. Also welche womöglich paradoxe Bewertung machte dem Hanno in der Kindheit am meisten und der Malis am meisten zu schaffen? Gegen welche Moralvorstellungen, die die Eltern vielleicht sogar selber aufgestellt haben, wurde denn verstoßen? Wie hat das Kind, Hanno oder Malis, als Kind versucht zu sein? Und was haben sie vor den Eltern verbergen müssen, weil es gar nicht anders ging? Was war aktiv an Verletzungen in den damaligen Kindern? Was war aktiv damals in den Kindern und mit welchen womöglich auch widersprüchlichen Emotionen mussten die zwei als Kind zurechtkommen? Welche instabile Reaktion haben sie vielleicht gezeigt, auch wenn sie sich noch so sehr bemüht hatten, anders zu reagieren? Und dann fassen wir das wieder zusammen. Das ist dieser sogenannte Schlüsselsatz. In genau dieser Weise fügen wir jetzt die Antworten auf die Fragen ein. Ich verberge vor dir das und das und zeige dieses Ich-Ideal, da ich mit dieser Bewertung sehr zu schaffen hatte, Verstoß zum Beispiel gegen die Moral, du darfst nicht lügen und die Eltern zwingen das Kind zur Geheimhaltung als Idee. Und dann kommt das Kind mit dieser emotionalen Aktivierung nicht zurecht. Die Eltern prügeln es vielleicht und sagen ihm, du darfst aber nicht weinen. Und dann zeigt das Kind diese instabile Reaktion. Und genau dieses Muster wiederholt sich dann nachher in der Sexualität und führt sogar zu dieser Sexualstörung. Und dann haben wir wieder den Satz gebildet aus dem Emotionsskript von Malis und von Hanno. Die Malis wurde von der Mutter ignoriert und vom Vater missbraucht. Malis wurde sogar wie eine Dienstmarkt behandelt. Also sie wurde ja regelrecht an den Vater ausgeliefert. Und sie stand zwischen den konkurrierenden Eltern. Sie fand diesen Abstand zwischen Nähe und Distanz, den sie ja nicht selber regulieren durfte, nur über diese Schmerzen, die sie hatte als kleines Mädchen. Darüber hat sie versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen, was sie natürlich auch nicht gekriegt hatte. Dann der Beziehungssatz von Hanno. Auch der Hanno stand zwischen seinen beiden Eltern. Die Mutter war sehr, sehr einengend und der Vater ist fremdgegangen. Und der Hanno wusste davon. Und die Beziehung zur Mutter war ja eh schon so schlecht. Und der Vater hat ihn damit auf seine Seite gezogen und ihm damit vermittelt, das dürfen wir der Mama aber nicht sagen, dann wäre die Beziehung ja von, so war die Idee vom Hanno bestimmt noch schlimmer. Deswegen musste er so auf die Mutter eingehen und vorsichtig mit ihr sein. Er musste auch stillschweigen bewahren, sowohl mit dem, was die Mama dem Hanno antut, als auch was der Papa tut, nämlich fremdgehen. Und der Hanno hat eben als Ausweg gewählt, diese frühe Selbstbefriedigung schon als ganz kleiner Junge. Was für ihn auch beschämend war oder, also er glücklich war, er wohl nicht damit, wie ich ihn verstanden hatte. Das ist natürlich eine fiktive Geschichte, aber es ist ganz nah an realen Paaren dran. Wenn wir das Emotionsskript angeschaut haben, dann kommen wahnsinnig viele Gefühle bei den Paaren hoch. Und dann gibt es sehr viele wunderbare Körperübungen, wo wir das vertiefen, wo wir es beruhigen, wo wir Muskelpartien dehnen, die man damals als Kind zusammengezogen hat, wo es korrigierende Erfahrungen gibt. Hier zum Beispiel der Mann schaukelt seine Frau hin und her, das ist Schaukel-EMDR. Oder der Mann, der als kleiner Junge oder die Person, die als kleines Kind nicht um Zuwendung bitten durfte. Die haben meistens sehr verspannten Nacken. Und wenn die diese Übung machen, dann kommen die ganzen Trauergefühle raus. Oder unten sehen wir eine Frau, die macht diese Katzentritt-Übung. Das ist so eine Art EMDR-Übung, um sich wieder zu erden in einer Bezugsperson, die vielleicht früher im Leben nie da gewesen war. Und das ist wirklich wunderschön, wenn der Partner dann anwesend ist und liebevoll begleitet. Unten sehen wir einen Mann, der seine Wut rauslässt. Oder das Paarfesthalten ist auch eine ganz, ganz tolle Übung. Und da sehen wir den Therapeuten, der dabei ist, dass der Mann der Frau vermittelt, ich bin da, ich gehe nicht weg. Hier sehen wir immer die Männer, die so liebevoll zur Seite stehen. Aber das machen die Frauen natürlich genauso. Die Erfahrung, die Hanno und Malis gemacht haben, zwischen den beiden Eltern zu stehen, das führt in besonderer Weise zu einer Sexualstörung. Es ist nämlich so, dass ein Mensch eine Kompetenz von ich fühle mich in mich ein, ich fühle mich in dich ein und ich merke, was für ein Zusammenspiel wir haben in der Sexualität, dass wir das erst dann können, wenn unsere Eltern uns dabei begleiten, die Beziehung, die wir zum Beispiel zur Mutter haben, der Papa sagt, die Mama ist heute schlecht gelaunt, deswegen ist die komisch. Und viele Menschen mit Sexualstörungen haben eben auch da keine Kompetenzen entwickeln können, weil die Eltern das Kind zwischen sich tun, dass sie ihm nicht gestatten, Nähe und Distanz zu regulieren und dann entwickeln die keine Mentalisierungskompetenz. Das heißt, so bin ich, so fühle ich mich, das ist das, was ich brauche, so fühlst du dich und so geht es miteinander. Und wenn ich das mache, dann hat es bei dir diese Auswirkungen. Das nennt man Mentalisierungskompetenz. Das ist ein Begriff, der ganz viel diskutiert wird, der für die Sexualität ganz eine große Bedeutung spielt. Und gleichzeitig wird die Traumatriade Vater, Mutter, Ehe, Leute, Kind normalerweise gar nicht beachtet. Es gibt Literatur zum Thema Traumatriade, Triangulierungsstörung, aber es gibt nichts über die Elternbeziehung, die ja die Grundlage ist dafür, wie die Eltern dann mit dem Kind umgehen. Deswegen habe ich das eingebaut in die traumasensible Sexualtherapie. Das kommt auch in einem Grenzpaarbuch vor. Und so werden dann die Fragen gestellt. Also welche Beziehung hatten die Eltern zueinander? Welche Beziehung hatte die Mutter zu ihrem Kind? Welche Beziehung hatte der Vater zu dem Kind? Aber auch, wie ging es denn dem Vater damit, welche Beziehung das Kind mit der Mutter hatte? Wie ging es denn der Mutter damit, welche Beziehung der Vater mit dem Kind hat? Und wie geht es dem Kind mit der Beziehung der Eltern zueinander? Das wird gefragt und danach beantwortet das das Paar oder man kann das auch aufzeichnen. Jetzt haben wir das mal für die Malis gemacht. Und bei der Malis sah das dann so aus, dass der Vater und die Mutter sich gehasst haben, dass die Mutter aber auch sehr abhängig war, der Vater genauso. Beide waren voneinander abhängig. Und die Beziehung zwischen Mutter und Tochter war, die Mutter hat die Tochter missachtet und die Malis hat sich sehr nach ihrer Mama gesehnt. Und das ging aber nicht. Die Mutter hat das nicht gewollt. Keine Nähe gewollt. Der Vater hat die Tochter ausgebeutet und gleichzeitig fühlte sich die Malis aber auch beachtet vom Vater. Wie die Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter war, das war dem Vater Schnurzpiepegal und der Mutter genauso. Die hat ja sogar das Kind ausgeliefert. Und gleichzeitig hat sich die Malis ausgestoßen und benutzt gefühlt. Das war jetzt die Erfahrung der Traumatriade zwischen den Eltern, zwischen dem Ehepaar und der Malis. Ich kann euch sagen, dass die Malis sehr geweint hat, als ihr das klar geworden ist. Das ist jetzt die Traumatriade vom Hanno. Auch er ist hier ausgeliefert und zwischen den Eltern stehend. Der Vater war ein Betrüger. Die Mutter hat getrickst. Sie hat ihn verraten, also den Sohn verraten an den Vater. Der Vater hat ihn zwar beachtet, aber auch erpresst. Du darfst der Mama nicht sagen. Die Mutter war unberechenbar wütend und hat ihn sogar eingesperrt. Der Hanno hat sich abschätzig behandelt gefühlt von der Mutter. und ausgeliefert und er durfte sich nicht abgrenzen. Er fühlte sich eingeengt. Und er sah sich zugleich als Komplice seines Vaters. Und die Mutter hat einen Keil getrieben zwischen der Beziehung, zwischen Vater und Sohn, indem sie ihn verraten hat, hau mal das Kind. Und der Vater hat einen Keil getrieben zwischen Mutter und Sohn, indem er dem Sohn zum Komplizen gemacht hat, du darfst der Mama nicht erzählen, was ich mache, dass ich nämlich fremdgehe. Das war die Situation, die beide aufgezeichnet haben. Und der Hanno hat danach so einen halben Tubsuchsanfall gekriegt und hat dann diverse Kissen in meinem Therapieraum verhauen. Das hat ihm sehr gut getan. Und es war wichtig, dass die Malis das miterlebt hat. Wie verraten sich der Hanno gefühlt hatte. Und es war auch für den Hanno total wichtig zu erleben, welche Angst wieder als Sexobjekt, als Vorlage für sexuelle Fantasien die Malis dienen sollte. Das war ganz wesentlich. Weil viele sagen, warum macht man das nicht erst mal in der Einzeltherapie? Aber ich glaube, dass die Verletzungen aus der Kindheit, die zu den Sexualstörungen dazu führen überhaupt erst, dass der Partner das sehen muss. Der muss das erfahren, der muss die Frau zittern sehen, die Frau muss die Wut des Mannes miterleben und den emotionalen Zusammenbruch in Zweien ganz am Ende, wo er nach seinem Papa schreit. Das sind ja Erfahrungen in der Therapie. Die sind auf der einen Seite sehr beglückend, erfüllend, aber auf der anderen Seite auch sehr erschütternd, auch für die Therapeutin. Wir erklären dem Paar den Zusammenhang zwischen dem Gehirn, die hirnphysiologische Entwicklung, zwischen Traumatisierung aus der Kindheit und der Sexualität, dass die Verletzungen aus der Kindheit immer wieder die Sexualität, die Störung, die Angst, die Gefühle, die dann weggetan werden sollen, dass das anfeuert. Und dass es letztendlich der Beziehung sehr großen Schaden zufügt, wenn beide nicht wagen, sich diese Wunden anzuschauen, das, was damals passiert ist. Dann ganz am Ende, wir nennen das hier Krisenzirkel oder gerne auch Grenzverletzungszirkel. Dann wird das alles zusammengetragen, also die Moralvorstellung oder die Verletzung oder die Pseudopersönlichkeit, das Ich-Ideal oder auch die Reaktion, die man zeigt und wie man versucht, damit umzugehen. Und das wird dann mit dem Paar gefüllt. Also hier beim Hanno, der Vater ist betrügend und die Mutter trickst. Und er ist abschätzig, die Eltern waren abschätzig. Hier denkt die Mali, sie müsse Missbrauch dulden, so macht sie es jetzt auch in ihrer Sexualität mit Hanno. Das wurde ihr als Kind so eingetrichtert. Der Hanno wurde sehr eingeengt und hat diesen Befreiungswunsch bei gleichzeitig widerwilliger Fürsorglichkeit. Und die Malis hat erlebt, unsichtbar zu sein, ignoriert zu werden. Und das ist auch so schrecklich für sie, wenn sie zum Hanno sagt, du beachtest mich gar nicht, was ich mir wünsche. Und dann erinnert sie das an das Trauma von damals. Und was sie beide nicht können, sie können nicht für sich eintreten. Die Malis wagt nicht zu sagen, ich mag das so gar nicht. Und der Hanno wagt nicht, das mit der Malis abzustimmen, was er sich denn wünscht. Dass er auch nicht möchte, dass sie ihn einfach immer wieder kalt stellt und sagt, ja, mit dem Sex will ich nichts zu tun haben. Ich bin ja für dich nur. Was ja nicht so stimmt. So ist das Konzept der traumasensiblen Sexualtherapie. Das heißt, wir arbeiten immer mit drei Skripten. Wir machen ein Störungsskript aus der Sexualität, ein Krisenskript. Und dann suchen wir nach der Entsprechung der Kindheit. Jeder macht das für sich. Und ganz am Ende gibt es dann eine Lösung. Das soll ja weitergehen. Das ist das sogenannte Lösungsskript. Das haben die beiden natürlich auch gemacht. Zuerst erklärt die Fachperson die Feuerprobe. Die Feuerprobe richtet sich an diesen Aspekten. Ich muss meine Wünsche ruhig und kontinuierlich vortragen. Auch wenn der andere damit Angst hat, dann lasse ich mich nicht anstecken, sondern bleibe ruhig dabei. Ich bleibe in der Nähe, halte Kontakt und weiß, dass Leiden auch dazugehört. Dann hat die Malis überlegt, was brauche ich für eine schöne Sexualität. Und dann hat sie sich überlegt, ich meditiere vor der sexuellen Begegnung und spüre, was ich denn überhaupt möchte. Und ich möchte auch spüren oder sagen, wenn ich eine Pause brauche, wenn zum Beispiel die kleine, verletzte Malis sich in ihr meldet. Sie möchte wagen, Hanno um Zuwendung zu bitten, weil das traut sie sich ja nicht. Und dass sie sich auch abgrenzt, wenn ihr etwas nicht gut tut und trotzdem da bleibt und nicht wegläuft und den Hanno nicht wegstößt und ihn nicht beschämt. Und Hannos Feuerprobe, dass er übt, sich mit Malis abzustimmen vor der sexuellen Begegnung und dass er auch ihre Grenzen achtet, weil er sich immer so rumtrickst. Und er schaut, dass er lernt, emotional anwesend zu bleiben, indem er auch zu dem kleinen Hanno von damals hin spürt. Und ihr zeigt, was der Kleine empfindet und auch sich selber zeigt, was mag denn der Kleine empfinden, der kleine Hanno von damals. Und er führt mit Malis Gespräche, was wie schön die Sexualität, wie sie beide aussehen könnte. Das war so der Plan von den beiden. Und dann machen die das so, dass die genau wieder in gleicher Weise ein Skript zeichnen, wo sie sagen, so wäre es, wenn wir es richtig machen würden, wenn wir es so machen würden, wie wir es wirklich wollen. Also da ist der Anfang, in der Mitte ist das Entscheidende, wo es vielleicht dann beginnt, schwierig zu werden und ganz am Ende. So kann es ausgehen. Das zeichnen sie wieder mit diesen Figuren. Das dürft ihr euch selber überlegen, wie das ausgesehen haben könnte. Und dann werden wieder die Worte eingefügt, die anderen Zeichnungen, die Gedanken, die Gefühle und wann sie was aussprechen, obwohl sie es vielleicht am liebsten für sich gehalten hätten und welche Emotionen sie hatten und dass sie die auch zum Ausdruck bringen oder innehalten, eine Pause machen, gemeinsam atmen. Das ist jetzt diese Gegenüberstellung. Wir haben so ein richtiges Protokoll in der traumasensiblen Sexualtherapie. Das sieht so aus. Das wird dann gefüllt, damit wir auch gut Diagnostik machen können. Weil wir wollen ja, dass das Paar gut begleitet, mit einer guten und richtigen Hypothese aus der Sexualstörung, aus der sexuellen Krise, aus den Problemen herausfindet. Und das Entscheidende ist, dass die Kongruenz in der Kindheit nicht möglich war. Kongruenz bedeutet, ich empfinde etwas, ich sage das, was ich empfinde und die Eltern spiegeln mir etwas komplett anderes zurück. Zum Beispiel das Kind weint und sagt, Mama, ich bin so traurig. Und die Mama sagt, ich gebe dir gleich einen Grund, traurig zu sein. Das heißt, die Spiegelung ist ja völlig verkehrt. Wenn das Kind dann sagt, Mama, warum bist du denn so garstig und die Mutter wird noch ärgerlicher, dann kann das Kind nicht mehr kongruent sein und schafft es nicht, diese Dinge zu lernen. Die Wünsche zu äußern, in der Nähe zu bleiben, sich nicht anstecken lassen von der Angst und auch Druck zu ertragen, Leid zu ertragen. Das wird den Kindern ja systematisch aberzogen. Und da die Kinder das nicht lernen konnten, weil die Eltern dazu nicht in der Lage waren oder die Kinder traumatisiert haben, in eklatanter Weise zum Teil, dürfen sie das jetzt in der traumasensiblen Sexualtherapie nacharbeiten, neu lernen. Dafür muss die Fachperson natürlich auch selber in sich kongruent sein und darf sich nicht von den Hypothesen, die das Paar vielleicht vorbringt, um sich zu schonen, um das Trauma nicht anzuschauen, dass sie die Fachperson sich davon nicht anstecken lässt. Weil man ist ja vielleicht geneigt, wenn jemand sagt, naja, so ist der Sex richtig und wenn du das nicht richtig findest, dann ist das dein Problem. Das könnte die Fachperson ja auch glauben. Aber das ist wichtig, dass wir da anders vorgehen, dass wir beide betrachten. Das wäre dann der gesamte Behandlungsplan. Nochmal in der Übersicht der Achtsamkeitskompass ist die Voraussetzung, mit der wir gehen. Dann machen wir diese Skripte, Sexskripte, Emotionsskript, Integritätsskript. Wir schauen an, wie die Mentalisierungskompetenz eventuell entwickelt oder auch gestört wurde durch die Traumatriade. Und die drei Protokolle sind dann mehr oder weniger der Schlüssel um die Sexualthematik, die in der Krise drinsteckt, die Traumaerfahrung aus der Kindheit, inwieweit das die Sexualität stört. Und ganz am Ende haben wir die sexuelle Paardynamik durch das Integritätsskript, durch die Aufarbeitung verändert. Das ist der Behandlungsplan. Und dann hoffe ich, dass das Paar glücklich die Sexualität weiterleben kann oder zum ersten Mal. Und das war bei Hanne und Malis tatsächlich der Fall. Die haben wunderschöne Sexualität erlebt. Das habe ich dann im Nachhinein erfahren. Das ist immer sehr, sehr schön. Das kriegt man ja manchmal nicht mit, welche Auswirkungen das vielleicht hat. Ich sage immer gerne, wenn es richtig schön ist, kriege ich eine Flasche Sekt. Okay? Gehüftet mir gerne im Nachhinein doch zuschicken, wenn ihr euch das anschaut. Dieser Vortrag ist im Rahmen der Gestalttage entstanden, zu denen ich eingeladen war bei der österreichischen Gesellschaft von einer sehr, sehr lieben Kollegin, die auch die Ausbildung macht. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, die traumasensible Sexualtherapieausbildung startet demnächst. Ciao. Danke fürs Zuhören. K pasa Freddy bei der Falle wie ein gls abogf oder und wo auch von dieách oder in buf die